Die Kahn-Meter ist nahe, sie kann mich nicht lebend davon kommen lassen. Die Kugel in ihrer Rost macht sie unverwundbar. Wird sie entfernt, ist ihre Verteidigung dahin. Wir überleben seit Jahrtausenden. Für unser Wohlergehen ließen viele andere sich opfern. Und fanden im Gegenzug dafür Erlösung. Wie kannst du, ein Mensch, einst ein Sterblicher, dich unseren Traditionen widersetzen? Was? 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 Das war's. 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 Das war's.